Sama Samstana ist die Stellung des gleichmäßigen Zusammenstehens, bezieht sich insbesondere darauf, dass du die Fußsohlen zusammengibst. Angelina zeigt, wie es geht. Beuge die Knie, gib die Fußsohlen zusammen und gib die Knie dabei nach unten. Gib dann die Hände auf die Knie und sitze gerade. Das ist Sama Samstana.